Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? 10.000? Ganz ehrlich, 10.000 Yawis? Das ist doch krank. Das ist doch einfach nur krank. Das sind 10.000 Yawis, Jungs! 10.000! Also, vielen Dank erstmal dafür. Wirklich richtig krass. Ich bin auch richtig froh, dass so viele Interesse an Anime und Manga haben. Und ich bin wirklich erstaunt. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, wie der ein oder andere von euch mitbekommen hat. Und da habe ich, nicht gecrasht, aber da habe ich so mitgewirkt bei der deutschen Cosplay-Meisterschaft. Wie das aussag, seht ihr gleich. Hier nochmal ein paar kleine Worte von mir zu euch. Yawi, Baka-Bitsch! Lange Rede, kurz Taya Jun und los geht's! Wir haben schon einen Applaus, wie sie gerade eingefallen haben. Ich finde, wo es ist, dass hier ein fechtiges Fels ist! So, für alle die, die auf zünftiges Geklopper stehen, kommt jetzt ein Kampf zwischen uns bei Klein-Nein-Nicht-Gans. Super-Smith-Broth-Frau! Genau, ein Kampf zwischen uns bei Klein-Nein-Nicht-Gans. Super-Smith-Broth! Jaui! Ich bin ein Kyojin und ich werde auch ein bisschen spoilern, wenn es okay ist, ne? Also ihr habt wahrscheinlich One Piece, kennt ihr alle? Ey, es stirbt! Okay. Äh, Death Note, Death Note! Ey, ich stirbt in der Mitte der Serie und Leitschrift ganzer Wände! Okay. Jiraiya, Jiraiya stirbt auch noch! Es ist leider ganz schnell zu verstehen, deshalb ist es eigentlich gegen den direktionärsten Start. Bokono Pico, zweite Staffel kommt raus und das war's doch schon. Zehntausend Abonnenten, vielen Dank, ne? Er ist gar nicht die zweite, er ist gar nicht die nächste Nummer, das müssen wir ja auch sagen. Ja, ich dachte, er geht mal.